hallo ihr lieben ich begrüße euch zur sechsten ausgabe meines strick podcast quick strick ich bin kirschen und bei mir geht es in den nächsten minuten rund um das thema stricken und wolle das heißt ich zeige euch heute zwei fertige projekte zwei projekte die ich neu auf den nadeln habe ja die habe ich noch nicht gezeigt und ich nehme euch mit zum hohen loa wolf fest nach blaufelden da war ich nämlich gestern jetzt denken einige die mich schon gesehen haben hä wieso denn hohen loa wolf fest hat sie nicht erzählt das letzte mal sie ist in ferien ja hat sie aber wie das leben manchmal so ist mit kindern ja was soll ich sagen da hat uns mein mittlerer sohn leider einen kleinen strich durch die rechnung gemacht und zwar ist er an unserem geplanten abreisetag an den windpocken erkrankt ja und damit mussten wir leider alles komplett umwerfen und alles canceln sowohl das osterfest was in der natürlich mit den großeltern geplant war mit den geschwistern also unseren geschwistern mein mann und mein den cousins und cousins von den kindern als auch gestern wäre eigentlich der junggesellenden abschied meiner schwägerin gewesen die heiratet in drei wochen als auch die taufe von unserem jüngsten die wäre heute gewesen muss ich euch nicht sagen ging so also es war wirklich hat uns recht kalt erwischt damit hatten wir nicht so gerechnet jetzt ist es so dass der mittlere gar nicht so schlimm erkrankt ist er hatte schon nach drei tagen keine neuen brusteln mehr und war relativ schnell wieder fit und kein fieber und eigentlich auch so keine typischen grippeähnlichen beschwerden die ja wohl öfter mit einher gehen sollen und auch hat ihn auch gar nicht groß gejuckt und so es war wirklich glimpflich aber wir wissen halt die anderen beiden kinder die haben es noch nicht gehabt und wir befürchten die werden sich jetzt anstecken und das ist natürlich müssen wir nicht darüber sprechen da kann man ja nicht guten gewissens irgendwo hinfallen und eine taufe machen wenn man weiß was weiß ich also für ältere menschen die können sich eben auch an gürtelrose anstecken das geht halt nicht also haben wir alles gecancelt ja und deswegen wiederum habe ich dann zu meinem mann gesagt würde ich ihm sehr gerne nach hohenlohe also nach blaufelden zum hohenloher wolf fest fahren und er hat dann gesagt klar macht das schatz und ja da war ich dann gestern da nehme ich euch mit hin also ihr seht wir haben wieder viel vor fangen wir doch direkt an oder was meint ihr also die erste kategorie wie immer bei mir sind die finished objects und ich habe euch schon gesagt habe ich euch sogar zwei sachen zu zeigen und da er ist endlich fertig mein serious wetter schaut mal das ist er der serious wetter eine anleitung von der dänischen designerin camilla fahrt auf englisch zu kaufen über wöwe hatte ich gestern schon an und ich muss sagen er trägt sich super ich war echt richtig begeistert es war sehr angenehm ihn zu tragen denn ich habe ihn nämlich mit der original wolle gestrickt das vertreibt die camilla fahrt über ihren shop online und zwar ist das eine lambsmuhl 9-3 die hat eine lauflänge von 300 meter auf 100 gramm und sie hat ihren ihre anleitung eben darauf aufgebaut und ich habe gedacht ja ich leiste mir mal die original wolle und ich hatte euch ja erzählt ich war ein bisschen enttäuscht als das päckchen ankam und ich die wolle das erste mal gefühlt habe weil ich dachte oh je die ist aber griffig um es mal positiv auszudrücken und ich wusste nicht wie empfindlich bin ich eigentlich auf sowas jetzt weiß ich überhaupt nicht es stört mich gar nicht also es war total angenehm den gestern zu tragen damit habe ich gar nicht so gerechnet ich habe wirklich befürchtet ich muss da ein langarm shirt runter ziehen aber brauche ich nicht also es ist super ja die wolle ist wirklich von der farbe her finde ich persönlich wunder wunderschön ihr seht das ist das rost ist so ganz tief in tiefes rost das ist so in sich so ein bisschen dunkler das changiert manchmal so es ist sehr 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 schön das grau kommt toll raus ich finde für den colorwork teil weil das rost das sollte auch eben für sich wirken deswegen habe ich alle anderen farben sehr dezent gehalten und ja also da bin ich richtig richtig glücklich mit das ist wirklich schön geworden ja die anleitung an sich ihr wisst es ja die mir die schon die anderen videos gesehen haben die hat mich bei den ärmeln zur verzweiflung getrieben aber ich fange mal vorne an weil eigentlich ist es eine schöne anleitung man strickt den nämlich von oben nach unten man beginnt hier oben an an dem bündchen und fängt dann eben den colorwork teil an ich muss dazu sagen da ich würde dieses projekt weil mir wurde jetzt schon ein paar mal als kommentar unter den anderen podcast folgen geschrieben oh der ist so schön ich würde den auch gerne mal aber ich traue mich nicht ich habe das noch nie gestrickt da muss ich ehrlich sagen für mich ist das kein einsteiger projekt weil man zum teil und über vier drei vier fünf runden ich weiß es nicht mehr genau mit drei fäden strickt und wenn man noch nie colorwork gemacht hat und dann gleich vor der herausforderung steht mit drei fäden zu stricken muss ich würde ich nicht empfehlen klar es gibt leute die können das die stehen schritt die schreckt ja nicht zurück aber ich finde so als als colorwork oder fern anfänger kann ich euch das nicht empfehlen für die die schon ein bisschen erfahrung haben kann ich das aber sehr wohl empfehlen weil es eben auch nur drei rein sind und ihr seht ja ich habe es ja auch ganz gut hingekriegt ich habe halt den colorwork teil von dem farbverlauf her ein bisschen abgeändert in dieser farbreihen folge hier unten sie macht das dunkle immer in der mitte und das hellere hier oben das habe ich eben geändert weil ich einfach diesen farbverlauf so wie ich den jetzt aufgebaut habe von ganz hell ins dunkel übergehend hier noch mal die hell und dann wieder da dunkel fand ich schöner und ich habe auch in der rund wasser hier unten das ein bisschen abgeändert ich weiß aber auch nicht mehr ehrlich gesagt weil es jetzt schon so lange her ist dass ich diesen teil gestrickt habe wie es in der anleitung ist ich weiß aber noch dass ich es eben geändert habe ansonsten habe ich mich habe ich mich an die anleitung gehalten habe eben hier dann nach dem ärmel stilllegen zwölf maschen aufgenommen und habe dann in die länge den körper in der länge gerade runter gestrickt da muss ich sagen dann nimmt sie noch mal maschen auf also sie lässt das ganze a förmig werden und das ist nicht meins also das wusste ich vorher schon das kommt für mich nicht in frage sondern für mich reicht das wenn der gerade runter läuft und der fällt genau richtig hinten wird werden unten noch mal so ein paar verkürzte reihen gestrickt damit er eine schönere passform hat und das finde ich das hat sich sehr gelohnt jetzt sitzt ja hinten vielleicht so ein stück länger als vorne und ich finde es beim tragen ist das sehr sehr angenehm also das ist wirklich schön und der fällt sehr schön dadurch ja jetzt warum ich so unglücklich war die die dies schon gesehen haben in den letzten podcast von die wissen dass was ich jetzt erzählen werde das ist ja wie ich ja eben schon meinte man nimmt eben diese zwölf maschen auf um in dem körper die weite zu bekommen dadurch sind die ärmel unendlich weit geworden bei mir und zwar so weit geworden dass ich den ärmel tatsächlich dreimal stricken musste dass mir die die erst ärmel stricken so hast könnt euch ja vorstellen wie groß da meine begeisterung war deswegen lag der auch recht lange zwischendurch in der ecke weil ich echt geflucht habe und gedacht habe nee ich habe keine böcke mehr den zu stricken bevor ich mich dann wieder dazu durchgerungen habe und ja und habe dann also den ersten ärmel gestrickt und habe mich an die anleitung gehalten habe den ärmel komplett runter gestrickt und habe natürlich schon beim probe anziehen immer gedacht ganz schön weit aber irgendwie dachte ich so ja ja wenn es in der anleitung steht man sollte manchmal auf sein bauchgefühl einfach hören weil nee es war dann wirklich auch so weit dass ich das dann eben gesagt habe das geht nicht das gefällt mir nicht das sieht furchtbar aus und ich muss dazu sagen ich habe normale arme ich habe weder besonders schlanke arme noch besonders dicke arme ich habe einfach für meine figur ganz normal passende arme so und da ist ganz klar ist die anleitung in meinen augen viel geplant also das ist halt wirklich der war viel viel zu weit daraufhin habe ich den ärmel den zweiten ärmel gestrickt habe den ersten erstmal so gelassen habe den zweiten ärmel gestrickt und habe dann nicht die zwölf maschen aufgenommen sondern nur sechs davon und habe jede zweite einfach so liegen lassen vom strick bild her ich kann euch das ja mal zeigen sieht das dann jetzt eben unter den arm so aus schön ist anders auf der anderen seite es ist unterm arm es sieht ja kein mensch muss man sich ja auch mal nichts vormachen ich laufe ja nicht so durch die gegend also von daher es stört mich jetzt auch überhaupt nicht und dadurch habe ich eben sechs maschen rausgenommen und habe noch mal ziemlich früh zwei sofort abgenommen dass ich sehr schnell acht maschen weniger hatte auf den nadeln und das hat den ärmeln gut getan aber wenn ich die noch mal stricken würde würde ich tatsächlich gar keine maschen aufnehmen sondern lieber für den körper also die ärmel still legen und direkt miteinander verbinden weil dann wäre für mich persönlich perfekt gewesen von den ärmeln her erst immer noch weit an den ärmeln er ist wirklich immer noch weit ich habe dann um das so ein bisschen auszugleichen ziemlich viel abnahmen gemacht also man sieht das ja der wird wirklich sehr schräg habe die abnahme auch nicht in jeder achten sondern in jeder siebten runde dann gemacht damit ich ein paar mehr abnahmen drauf hatte dass der unten dann wenigstens nicht ganz so weit ist so von daher ja das habe ich eben geändert und ja wenn ich das jetzt aber ausklammer wenn ich jetzt sage ich kann man mal die geschichte mit den ärmeln aus dann muss ich wirklich sagen ist das eine tolle anleitung gewesen sehr klar verständlich nie probleme gab zu keiner zeit oder muss darüber nachdenken was muss ich denn da jetzt machen sondern man hat gelesen wusste sofort ja alles klar der colorwork teil ist natürlich ein chart drinnen enthalten das ist sehr angenehm gewesen und ja ist jetzt halt ein schöner wie soll es jetzt sein herbst winterpullover und den ich wirklich glaube ich gerne tragen werde ja lasse ich so stehen was soll ich dazu jetzt noch sagen und rumschwaffeln den ich gerne tragen werde punkt ja ich habe recht viel wolle übrig behalten ich habe natürlich hier in dem grauen das sind vier verschiedene grautöne letzten endes man verbraucht ja nicht viel auch von dem rost habe ich noch einiges übrig und da mich jetzt eben die wolle auch so begeistert hat beim tragen bin ich jetzt am überlegen mir noch mal ein schönes blau dazu zu holen vielleicht sowas in die richtung gehen tatsächlich wie ich jetzt hier um habe weil schaut mal im verbund mit dem rost sieht das ganz toll aus und bin dann überlegen wir vielleicht für den kommenden herbst winter noch mal irgendwie so ein projekt in angriff zu nehmen mit colorwork vielleicht dann auch mal cardigan gesteakten oder so mal schauen aber das ist für mich definitiv ein winterprojekt also das kommt im sommer nicht in frage und von daher habe ich da jetzt auch noch keine wolle gekauft oder irgendwas sondern das ist einfach so im hinterkopf damit ich die denn auch mit aufbrauche weil ich das rost eben auch so wunderschön finde ja der serie sweater von camilla fahrt ja ich habe noch ein projekt fertig das hatte ich euch ja im letzten video schon gesagt das hatte ich nämlich tatsächlich vor zwei wochen schon fertig konnte es euch aber damals nicht in die kamera halten weil es in der wäsche war und zwar sind dass sie hips zu leisen karusselli socken das sind diese wunderschön lustigen socken die habe ich gestrickt mit lismi knits high twist socks und die anleitung ist von kathie koito und das ist eine kostenlose anleitung auf february die es auch auf deutsch gibt also für meine zuschauer die na angst vor englischen anleitungen haben oder kann ich das empfehlen die gibt es eben auch auf deutsch und ist auch noch kostenlos ja die hip so leisen karusselli socken sehen ja wirklich also ich meine man sieht die und sagt so was ist das das sind doch keine socken die sehen so unförmig aus aber sie tragen sich hervorragend das muss ich ganz ehrlich sagen ich finde sie sehr angenehm zu tragen also das ist wirklich wo ich selber von überrascht war das wollte ich auch unbedingt testen deswegen habe ich die auch einen tag schon angehabt bevor ich euch die jetzt gezeigt habe ja so fangen wir mal an mit der anleitung man beginnt eben nicht an der spitze oder am schaft sondern man beginnt eben in der anleitung an der ferse dann nimmt man sternförmig sechsfach zu und zwar entweder so lange bis man seine größe erreicht hat oder aber bis so diese gängige socken größe ist das sind dann eben 180 maschen in dem fall 30 maschen pro nadel man strickt das auf sechs nadeln oder eben wenn man nicht den magic look nehmen möchte auf sechs nadeln eines nadelspiels also sieben weil die siebte ist eben zum abstricken da und nimmt dann eben immer gleichmäßig zu bis man 180 maschen auf der nadel hatte so habe ich das gemacht das ist meine klassische socken größe dann lässt man die erste und zweite nadel für den schaft die dritte nadel und die sechste nadel strickt man zusammen und die vierte und fünfte nadel wiederum bilden dann letzten endes die spitze ich habe mich dazu entschlossen dank meiner lieben freundin gabi alias hoppily auf der ruby die mich ja überhaupt auf die anleitung gebracht hat die hat ganz viele notes in ihrem report projekte ich verlinke euch das unten mal auf ihrem account da könnt ihr das sehen weil da möchte ich mich auch gar nicht mit fremden federn schmücken und zwar hat sie das verbunden über den sogenannten kreuz stich guckt mal wie schön die naht ist seht ihr das hier kann man das sehen ist natürlich bei der bunten wolle ein bisschen jetzt schwer zu sehen ich gehe noch mal dichter an vielleicht sieht man es jetzt ein bisschen besser sieht ganz toll aus diese kreuznaht das ist ein habe ich noch nie vorher gemacht das ist ein youtube video wo sie das zeigt ganz einfach zu machen und ergibt wirklich eine schöne naht also es ist generell eine naht wo ich sagen muss so auch als ziernaht vielleicht hier oben auf so einem pullover kann ich mir das ganz ganz toll vorstellen habe ich sicherlich sicherlich nicht das letzte mal gemacht die spitze habe ich wie ich das immer mache die normale bändchen spitze gemacht oben dann bei ich glaube jetzt in dem fall bei sechs maschen dann den kitchener stitch genommen und das ganze zusammen genäht und den schaft habe ich einfach direkt ab das bündchen angestrickt ihr wisst ja ich mag das ja nicht mit diesem langen schaft da muss ich sagen das würde ich beim nächsten mal ändern die sitzt halt jetzt so ein bisschen schief am fuß tatsächlich so der schaft also der sitzt vielleicht so wenn das der fuß ist ich mache das jetzt mal nach und der fuß ist so gerade sitzt das dann eben so da würde ich das nächste mal ein paar verkürzte rein einbauen aber es stört jetzt nicht und ich habe vorher echt skeptisch ob die gut am fuß sitzen ich muss echt sie sitzen wirklich schön am fuß also doch muss ich sagen tragen sich sehr 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 schön ja die wolle hatte ich ja schon gesagt ist von lisminitz eine ganz tolle färbung von der christiane ziemlich bunt aber ich finde gerade bei den socken bei der socken form jetzt ist das ist das sieht das toll aus also mir gefällt das mir gefällt das sehr 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 gut sieht wirklich super schön aus so rosa blaue töne grün gelb ja also hat sich toll toll raus gemustert mag ich sehr gerne ja das sind die hips zu leisen karusselli socken eine kostenlose anleitung empfehlenswert gut das war's mit den finished objects kommen wir doch direkt zu den work in progress was habe ich denn gerade auf den nadeln tja zum einen hatte ich euch auch im letzten video schon kurz gesagt aber nicht gezeigt weil da gab es noch nicht zu zeigen und auch heute gibt es noch nicht wirklich viel zum zeigen und zwar sind das die small fall socks das ist eine anleitung von christiane burkhardt alias lisminitz mit der original wolle von der liebe christiane und zwar kurschaut mal das sind auch wieder lacesocken die sehen ganz toll aus und haben ein so ganz schönes muster das ergibt sich über umschläge und vor allen dingen verschränkten maschen hier sieht man das rechts verschränkte maschen wirklich schön also das kommt wirklich toll ich bin halt noch nicht so weit weil ich so viel an dem anderen projekt gestrickt habe das sage ich euch gleich ich habe halt wenig an den socken genadelt ich bin jetzt dabei dass ich die ferse mache eben wieder mein kurzer schaft wie ich es gerne habe habe mich für ein rechts verschränkt links bündchen entschieden und ja und jetzt mache ich jetzt eben die ferse als nächstes kommt denn das noch was ist glaube ich dass die käppchen ferse ja ich glaube und ja so und es ist in so einem ganz schön eisblau gefärbt ist ein bisschen heller nicht ganz so knallig wie bei euch in der kamera mit so ein paar ganz vereinzelten gelben und dunkelblauen speckles aber so unaufdränglich dass natürlich das muster in sich wirken kann weil ich finde bei so lacesocken oder generell beim leise muster da kann es da kann das nicht so gesprenkelt so arg sein weil sonst sieht man das leider nicht mehr es findet bei christiane der zeit noch im rest des aprils also noch bis mittwoch ein keil dazu statt werde ich natürlich nicht schaffen bis dahin die fertig zu stricken macht aber nichts ja es war ist eben einfach dass ich die gerne noch im april mit anschlagen wollte und ja das ist jetzt eben mein projekt was ich dann überall schön mit hinnehmen kann das ist ja immer so der hauptgrund warum ich jetzt immer ein paar socken auf den nadeln habe ja das sind die small falls socken ja und stricken durch das mit der merino high twist socks wie auch na die hibso leisen karusselli socken weil mich eben auch die qualität sehr sehr begeistert so und jetzt kommen wir zum nächsten projekt auf den nadeln das wohnt im übrigen das muss ich euch mal schnell zeigen in einer neuen projekttasche guckt mal ich habe mir nämlich noch mal eine genäht so das ist und wieder mit dem oil skin stoff außen stoff schaut mal wie schön wieder mit diesen großen taschen das finde ich das finde ich einfach sehr lässig aber ich habe was ganz großes verändert innen wartet ganz kurz muss ich euch auch wieder zeigen weil ich es einfach nach wie vor so toll finde innen wieder mit den schönen alpaca stoff aber was habe ich verändert und zwar ist mir aufgefallen als ich meine blaue tasche immer genutzt habe dass wenn das projekt größer wurde dass ich das über diesen magnet verschluss nicht mehr so gut schließen ließ und naja und wenn man nachher den cardigan ganz am ende ist und nur noch was ich so ein stück bündchen am ärmel hat oder so dann ist dies tatsächlich schon zu klein dann kriegt man die nicht mehr zu obwohl die eigentlich vom fassungsvermögen her natürlich die größe hätte und das habe ich jetzt bin ich habe ich mir überlegt das umgehe ich und zwar indem ich zusätzlich den tunnelzug mit eingenäht habe so ihr seht ihr habt dann hier die enden aufgegriffen noch mal das violett und jetzt kann man die einfach wenn das projekt zu groß wird so zusammenziehen und dann ist es überhaupt kein thema mehr bei kleineren projekten oder wenn man die tasche dann mal jetzt werde ich nicht scharf jetzt wieder bei kleineren projekten oder wenn man dann die tasche nah als handtasche nimmt das ist nicht so schön dass ich die auch jederzeit als handtasche nehmen kann dann kann man natürlich einfach den magnet verschluss nehmen und sonst eben über über diesen diesen tunnelzug verschluss man entspann ich mal ne dann habe ich wieder auch wie beim letzten mal die drei innen taschen reingenäht auch meine stimme hört sich mittlerweile es tut mir leid ich glaube zum enden quietsche ich nur noch verzeiht mir das bitte und dann habe ich zusätzlich mir überlegt weil das ist mir dann auch aufgefallen dass es das nicht hatte und zwar hier noch mal in der gleichen ton sondern so wie so ein button rein für eine nähnadel dann findet man die immer die geht nicht so einfach rein wenn man eine richtige nähnadel muss man ein bisschen kraft auffallen um die reinzukriegen aber dafür hebt die dann auch richtig schön das kann ich finde ich sehr lässig ja aber genug von der tasche wir wollten ja eigentlich uns das neue projekt angucken und zwar habe ich den briok cardigan angeschlagen den habe ich euch noch gar nicht gezeigt weil den habe ich eben wie gesagt ganz neu angeschlagen und zwar ist das eine kaufanleitung von matilda kruse drauf gekommen bin ich über die liebe tanja von tanja wollzeit die hatte den gestrickt und da habe ich gesagt oh der ist aber schön und ich hatte ja so habe ich ja letztes mal schon gar nicht so unglaublich lust gerade brioche zu stricken und da kommt dieser cardigan nämlich gerade recht und so weit schaut euch das mal an bin ich schon es fehlt gar nicht mehr viel also wenn man es ausholt viel tatsächlich vielleicht noch so ein stück dann bin ich mit dem körper schon fertig der cardigan fangen wir mal von vorne als muss ich überlegen also die anleitung ist gibt es auf englisch zu kaufen bei webby ja und das tolle an der anleitung ist die kostet 60 kronen das ist dann ja umgerechnet sind das ungefähr so sechs euro und das tolle an der anleitung ist tatsächlich der kommt nicht nur als cardigan denn daher sondern gleichzeitig in dem eigenen pdf also nicht integriert in eine anleitung sondern man kriegt quasi zwei anleitung zum preis von ein auch als wetter man kann nämlich diese brioch diesen brioch teil auch als wetter stricken das fand ich ganz toll also das muss ich echt sagen das ist eine klasse sache und der gefällt mir sehr sehr gut ich meine nicht jetzt das nächste projekt sagt wo jetzt muss die als wetter direkt noch mal haben aber ich kann mir den anderen fahren vielleicht mal als wetter sehr sehr gut vorstellen mal gucken wie begeistert ich bin wenn er dann fertig ist stricken tue ich den damit jetzt kommt ich habe mir extra diesmal mal die labels beiseite gelegt weil das damit ihr das besser seht und zwar mit das helle hier oben habe ich mir auf dem swiss jahren festival gekauft das ist wolle von trellis das ist eine 100 prozent superwash merino 300 auch in high twist 366 366 meter auf 100 gramm in der farbe guerrilla girls dann habe ich mir ja mode wagemutig wie ich war diesen neon pink geholt das ist ein garn von penny lanians eine schweizer handfärberin ich habe letzt mal gesagt die kommt aus der französischen schweiz vergesst dass das stimmt gar nicht die ist aus zürich ein bisschen unangenehm aber ja ich war jetzt noch mal auf der seite und sie kommt eben aus zürich perin penny lane und dass die hat 400 meter auf 100 gramm und das ist die farbe very pink und zwar das grau ist von ponderosa die hatte ich mir in leipzig gekauft und zwar die merino high twist nach stelle ich schon scharf irgendwie tut mir leid steht da jetzt nicht richtig scharf aber ist ja auch eigentlich nicht so wichtig in der farbe rabenherz und das ist auch eine merino high twist mit einer 365er meter auf 100 gramm und ich muss sagen ich mag also ich hatte einen grund wenn ich so durch rock ihr kennt mich ja mittlerweile ich bin begeistert ich bin wirklich begeistert und zwar von allen drei sorten das ist wirklich toll die die ponderosa wolle die stricke ich allerdings muss ja zusagen auf vierer nadel weil ich ein sehr lockeres maschenbild haben wollte aber schaut mal sie wird ganz gleichmäßig wunderschön und ich wollte extra dass das nicht so fest wird ich strecke doch so fest dass das nicht so fest wird weil es ist ja schon eher so ein frühlings und sommer jäckchen mit dem farb also mit diesem pink und und so und deswegen wollte ich das eher so ein bisschen luftiger haben und das ist kommt perfekt mit den also für mich perfekt mit den vierer nageln den brioche teil habe ich mit einer dreieinhalb nadel gestrickt damit das dann eben sich ein bisschen ausgleicht und die anleitung ist dann eben so das ist ein bisschen crazy finde ich weil man strickt das erst in hin und rück runden und verbindet das noch nicht direkt zur runde aber dann nach dem brioche teil wird es dann in runden geschlossen und dann steakt man das das heißt ich habe mir eine steak kante stricke ich mir gerade ein ja verrückt ne habe ich auch echt überlegt mache ich das kann ja auch hin und rück runden stricken aber da ich ja sowieso schon immer steaken wollte da habe ich gekommen warum eigentlich nicht was soll schon passieren also auf der anderen was soll passieren ernsthaft also ich werde mir sicherlich bevor ich das mache einige videos anschauen vielleicht auch mal so ein probestück schnell noch mal stricken mal sehen und dann ja werde ich das mal entweder mit der nähmaschine sichern das ist momentan so das was mir so im kopf vorspät kann mir aber auch vorstellen dass ich das dann vielleicht auch sonst hoch häkeln also das ist mal sehen das muss ich dann schauen ja aber mag 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 die jacke schon jetzt sehr gerne und die befürchtung die ich ja hatte dass das mit dem pink zu zu krass ist hat sich jetzt durch das grau tatsächlich aufgehoben also ihr seht das klar es ist pink es bleibt pink das war mir ja klar so neon pink aber es ist dieses grau nimmt den ganz viel und jetzt ist das für mich die ganz ganz tragbare jacke geworden ja bin ich ganz begeistert von der zeit also die kann ich kaum aus der hand lehnen das ist der brio cardigan von matilda kruse sehr sehr empfehlenswert bisher die anleitung das muss ich dazu sagen so ja jetzt bin ich durch mit dem was ich euch zeigen wollte was ich auf die nadeln habe und was ich so fertig habe und jetzt würde ich euch wenn ihr lust habt mitnehmen zum hohen loher wolf fest ja das war natürlich eine schöne überraschung dass das dann geklappt hat also muss ja zusagen also es dann hieß wir fahren nicht war habe ich dann zu meinem mann gesagt meinst du ich kann da nicht hin dann hat nämlich auch noch die annike gefragt mensch hast du nicht lustig uns anzuschließen ich fahre mit annika von knitting cats und unicorn also annike von perle knit mit annika von knitting cats und unicorn mit der michelle von den nittings los das stricken gefault hierhin schließt sich uns doch an und dann habe ich halt spontan gesagt erst dann gesagt nee es geht nicht und dann habe ich sie drei tage später weil wo das dann klar war ich kann mit ja du ich komme jetzt doch mit und zwar schon lustig weil ich habe wieder so eine sprachnachricht geschickt und sie sagte dann nur so ja man darf sich ja nicht freuen wenn jemand krank wird aber es freut mich gerade und ich mir ging es aus also ich habe mich dann auch gefreut ich habe ihm jetzt das beste aus der situation gemacht und bleibt dann ja auch nichts anderes übrig dann hatte ich das ja irgendwie auf instagram schon so ein bisschen verkündet und daraufhin hat sich die liebe susanne alias das agauer strickwiesel bei mir gemeldet und hat gemeint du mensch kann ich vielleicht mit fahren ich das ja klar kein problem logisch kann ich nämlich dich mit gerne und dann hat sich dann wiederum als dann die susanne gesagt hat sie fährt mit hat dann auch noch die martina die hat kein podcast aber die hatten instagram account unter oma lismit lismen ist übrigens das schweizer wort für stricken damit das mal so einordnen können also hier strickt man nicht hier lismit man und die oma lismit die hat sich dann dort eben noch also die martina mit eingeklinkt und dann waren wir so eine ganz nette dreiergruppe und ich fand es natürlich super dass ich nicht alleine fahren musste und da blende ich euch jetzt mal ein kurzes video ein hallo ihr lieben wir düsen jetzt nach hohenfelden zum wolf fest dass die susanne alias das agauer strickliese und das ist die martina und du hast kein podcast nein ohne podcast und wir düsen jetzt los und freuen uns total bis später habt ihr sie jetzt schon gesehen und ja und das war wirklich sehr sehr nett zumal wir auf der hinfahrt zwei stunden im stau standen insgesamt war so oft stop and go ohne grund das war schrecklich und deswegen ja war das war das sehr schön dass wir das denn dass ich da nicht alleine durch musste und die war so nett die waren so nett die beiden und haben mir ein geschenk jeweils mitgebracht nochmal an dieser stelle ganz lieben dank ihr lieben also ich habe mich so gefreut schaut mal diese tolle projekttasche habe ich von der lieben zusanne bekommen die ist so groß endlich so eine große habe ich auch tatsächlich noch gar nicht liebe zusanne da hast du genau richtig mit gedeckt aus dem ganz schönen stoff extra blautöne hat sie mir noch gesagt habe ich mich echt richtig gefreut drüber da wird dann das nächste projekt einziehen auf jeden fall und die martina die färbt mit pflanzenfarben ganz toll selber und die hat mir zwei knäuel mitgebracht in so schönen hell senftönen schaut mal so gelb senf und das ist ja dann auch wieder meins also so ne das sieht ganz toll aus 80 prozent merino und 20 prozent seide und hier sind 50 prozent ne beide beide 80 prozent merino und 20 prozent seide aber unterschiedlicher lauflänge ja mal schauen die werde ich irgendwo mit einfließen lassen jeweils 50 gramm ich habe jetzt noch nichts gezielt im kopf aber liebe martina vielen lieben danke mal an dieser stelle das geht dann mit rein und dann waren auch noch andere kleinigkeiten dabei die macht auch selber so cremes hat sie mir noch so eine superschöne ringel blumensalbe mitgebracht mitgegeben und eine ganz tolle karte die möchte ich euch noch schnell zeigen weil ich die so schön fand hier mit einem kleinen süßen schaf drauf habe ich mir auch richtig gefreut so schön und ja die kommt in meinen bullet journal rein ich führe nämlich bullet journal und da wird wird und jeden monat klebe ich mir immer eine schöne postkarte rein und das wird die jetzt werden für den mai liebe martina saß du mir auch richtig da freue ich mich sehr drüber ja das war sehr schön dann sind wir halt da hingefahren und dort vor ort habe ich mich daneben mit den anderen drei podcast mädels getroffen und ja war so ist ja wir hatten halt echt spaß ne also der freitag war sehr lustig wir sind alle gemeinsam essen gegangen und hatten halt echt einen schönen abend der na ich weiß jetzt gar nicht wessen spinnrad das war ob das an nikos oder michels war aber eine von beiden hat ihren spinnrad noch dabei haben annika und mir so ein bisschen das spinnen mal gezeigt und annika war total angefixt also die die hat es richtig verwischt mit einer handspindel ja ich fand es auch nicht schlecht aber ich muss sagen dass es jetzt nicht so bei mir gewesen das muss ich unbedingt also das hatte ich nicht diesen effekt ist ja vielleicht auch ganz gut so jetzt wo ich mit dem wolle färben noch anfange ja reicht das dann ja auch muss man ja nicht noch was dazu nehmen deswegen nein nein aber es war schön das war echt schön wir haben hatten eine kurze kurze nacht und dann sind wir eben am samstag haben uns dann wieder alle getroffen machen frühstück und sind dann gemeinsam hingefahren und dann melde ich euch jetzt mal ein video ein morgen ihr lieben wir sind jetzt da ich bin ziemlich müde und kaputt es war eine kurze lustige nacht guck mal wer da ist die liebe michel natürlich die 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 annika und die martina so ja und wir freuen uns auf den tag mit euch mit der wolle mit einem bis später ja wie ihr seht da waren wir dann auf dem parkplatz war nimmt eine halbe stunde schon früher da um halb elf und dann ging es los ja und es war gut dass wir so früh da waren denn es war wirklich voll ich zeige euch das jetzt mal ich habe es extra aufgenommen ich dachte das muss ich euch zeigen wie viel lange die leute dort anstanden der eingangsbereich habt ihr die mega schlange gesehen und die geht zu beiden seiten wohlgemerkt ist das der wahnsinn oder ist das der wahnsinn die standen wirklich lange dort an um rein zu kommen also es war hat sich gut gefühlt gefüllt das ganze ja und dann sind wir halt da gemeinsam rüber gelaufen und es war halt so das sind so zwei turnhallen oder hallen die so miteinander verbunden sind und in der einen waren eigentlich die hauptsächlich die aussteller und in der anderen seite konnte man waren auch ein paar aussteller und vor allen dingen konnte man da haben sehr sehr viele sitzgelegenheiten aufgebaut das war toll das war wirklich toll also dass das ja oft nicht so der fall dass das so berücksichtigt wird dass wir strickerin eben nicht nur hinfahren um was zu kaufen sondern ihr auch gerne die zeit gemeinsam verbringen um dort zu stricken und ich habe mal ein video aufgenommen ich blende das euch jetzt mal ein das ist jetzt nichts von der runde entspannt und essen mal was und so schaut mal wie schön die halle ist kann da oben auch sondern im hohen sitzen und unten sind ganz viele sitzmöglichkeiten das haben sie wirklich sehr sehr schön gemacht ein paar stände sind noch um die ecke und in der anderen halle steht dann der bär was die wolle angeht weil da konnte man nämlich oben auf so eine galerie gehen und dann konnte man also wirklich da saßen wir dann und hat um auch mal den blick nach unten zu bekommen und das war wirklich toll also ich saß dann auch mal unten abgestrickt und so es war wirklich haben sie sehr schön gemacht muss ich sagen ja tja und an einkäufen es geht ja nicht dass ich irgendwo hinfahre und nichts kaufe ne ja ich habe schon ein bisschen was gekauft das lag aber jetzt vor allem also nein das was heißt das lag daran ich habe was gekauft was soll ich da mein gott es ist halt so wie es ist was soll ich mich da es ist ist ja auch in ordnung soll ist ja mein hobby soll mir ja auch spaß machen mein gott ich muss mich dafür niemanden rechtfertigen glaube ich und vielen von euch geht es ja auch genauso wie mir und zwar habe ich das erste mal was beim bunt wurm gekauft den habe ich in leipzig tatsächlich nicht gesehen das möchte ich an dieser stelle mal sagen da seht ihr mal wie groß leipzig ist dass man dass ich das so übersehen habe weil man ist dann auch so fokussiert auf bestimmte sachen vielleicht und da bin ich tatsächlich daran vorbeigelaufen diesmal habe ich ihn sehr wohl wahrgenommen ich zeige euch mal ein kleines video ich bin dann beim bunt wurm schaut euch mal an und ich werde hier was kaufen zwar habe ich mich spontan dazu entschlossen beim schiff die kai von michelle mitzunehmen und das ist meine stränge die zeige ich euch aber noch mal ja das war's also tolle stränge tolle farben und da habe ich mir schaut mal so ein tolles silbergrün genommen die färbt hier auf pasquali hatte ich auch noch nie pasquali wolle bin ich sehr sehr gespannt und dieses silbergrün das ist so ein bisschen so richtung farbe salbei würde ich jetzt sagen ja fast sich ganz weich an ist eine martit ich sag so schnell noch hat eine zusammensetzung von 70 prozent merino 50 prozent viskose und 15 prozent baumwolle also auch eine schöne zusammensetzung 100 gramm 425 meter und da möchte ich gerne spontan habe ich mich dazu entschlossen den schiff die stricken das ist eine anleitung von andrea mori auf der linken seite erscheint jetzt sicherlich im bild für euch dass ihr wisst was wovon ich rede und zwar veranstaltet die michelle in ihrem podcast ja ein schiff die call call wo man halt die drei schiff die anleitungen stricken kann oder gemeinsam strecken soll bis zum ersten august und ich habe festgestellt wir haben in der letzten die letzte zeit eben wo wir dann ja überraschenderweise hier geblieben sind haben das genutzt und haben noch mal so ein bisschen klar shift gemacht und unter anderem ihr seht unser mittelregal fehlt weil wir haben ein bisschen was umgestellt und neu gekauft und ich habe meine wolle noch mal richtig rausgenommen und sortiert ist auch wieder leerer geworden das regal und habe das mir noch ein zweites dazu genommen gefällt mir auch ein bisschen besser da ist so das was ich selbst gefärbt habe dass das was ich gekauft habe in letzter zeit und dabei ist mir aufgefallen ich habe sehr sehr viele reste und zwar reste nicht irgendwie nur fünf gramm sondern reste 30 gramm 40 gramm also wirklich große reste von diversen firmen obwohl viel auch medlein toschmerino light dabei ist in so blautönen und dann dachte ich ich mache mir den schiff die und das wird die neutrale grundfarbe und dieses eingewebte bunte werde ich dann bekommen über diese blautöne grüntöne ja das ist so der gedanke dabei gewesen weil ich glaube eben schaut mal ihr seht ja jetzt schon passt halt super ne also und das ist so eine farbe die kann ganz viele verschiedene blautöne tragen also die kann so ein dunkles blau ein helleres blau auch ein grün sieht gut dazu aus habe ich schon angehalten also die kann wirklich viele verschiedene farben tragen deswegen habe ich dir dieses 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 salbei grünen genommen ja das finde ich finde ich wirklich schön das war mein erster einkauf ja und dann habe ich noch was gekauft und zwar bin ich dann wieder gegangen zu fiber passion die hatte ich ja schon in leipzig hatte ich die ja so toll und habe davon ja so gesperrt ich habe davon jetzt kein video aufgenommen weil ich habe es euch in leipzig gezeigt die stände sehen ja eigentlich immer gleich aus also von denen die ich euch schon gezeigt habe da habe ich darauf verzichtet jetzt zwei wochen später schon wieder aufzunehmen und bin diesmal hingegangen und habe mir zwei blaue stränge gekauft und zwar habe ich mir auch mein gott kommt das kommt der kamera genauso schön rüber wie in echt blau kann die kamera einfach gut einfangen muss ich ganz ehrlich sagen es ist immer sehr naturbetreu seht ihr die tiefe der farbe unglaublich schöner und zwar ist das fiber passion das elfenhaar und das besteht zu 70 prozent aus kit mohair 30 prozent seide und das ist in 50 gramm streng und die haben eine lauflänge von 420 meter das heißt ich habe jetzt 840 meter und das reicht für ein wunderschönes sommertop und ich war erst so ein bisschen weil ich habe mit der handfärberin sehr lange mich unterhalten weil ich ein bisschen unschlüssig war ob ich das denn gut vertrage so direkt auf der haut und sie hatte aber auch fertige strickstücke dort hängen und ich habe dann einfach ich probiere es jetzt mal aus also bei dem anderen habe ich gute erfahrungen gemacht und der ist ja um einiges robust das ist viel weicher vielleicht piekst mich das gar nicht so und dann würde ich mir so ein ganz luftig leichtes kleines top draus machen wollen ja das ist so jetzt geplant warum ich die beiden stränge dann noch mit mussten es war halt so es hat mich halt nicht losgelassen die hatten halt ja so schöne blautöne in leipzig hat doch dann die beiden roten genommen die auch mega schön so im gottes willen aber dieses blau hat mich nicht losgelassen deswegen musste jetzt noch mal blau mit naja das habe ich mir noch geholt ja dann nach es war noch nicht alles nein aber dann zeige ich euch jetzt mal noch mal so ein paar stände an denen ich selber nichts gekauft habe aber die ich einfach schön fand und zwar ist das zum einen der stand von voloholica voloholica das ist die liebe gabriele die habe ich dort kennengelernt eine sehr sehr nette freundliche frau liebe gabriele hallo falls du mich schaust hat mich sehr gefreut dich kennenzulernen du färbst sehr sehr schön da blende ich euch jetzt mal das video zu ein jetzt stehe ich stehe ich bei voloholica schaut euch mal die fahrbahn mega oder schöner also wirklich richtig toll dann war ich an dem stand bei herrn locke herr locke stellt selbst gedrechselte handspindeln her weil die annika ja eben so feuer und flamme dann geworden ist und jetzt in na das so ein bisschen vertiefen möchte die ganze thematik und die hat sich dort eine handspindel gekauft und da belende ich euch mal das video ein annika möchte spinnen lernen und kauft sich jetzt eine ganz tolle handspindel aus buchenholz die sind allerhand gedrechselt ja und sie hat eine sehr sehr schöne genommen muss dazu sagen dann war vertreten mal mal so abseits die webe tante also nicht rein wolle sondern eben doch ein bisschen was anderes die webe tante da habe ich ja jetzt neulich meine säurefarben bestellt und ja die hatten auch einen schönen stand zeige ich euch mal kurz das video das ist der stand von der webe tante die hat die ganzen tollen damer farben dabei ich nehme für podcast auf und vor allen dingen auch echt schöne rohwolle und das sind ganz außergewöhnlichen mischungen und die hatten halt wirklich wolle da in ganz tollen qualitäten also so ganz ungewöhnliche sachen wie was weiß ich rose oder so also wirklich so sachen die man eben sonst also pflanzenfasern die man eben sonst so nicht hat habe ich aber keinen gekauft weil ich finde ich selber bin noch nicht da an dem punkt wo ich mir acht oder neun euro für einen strang ausgebe um den selber zu färben weil dafür wird es eben dann doch noch nicht so wie ich das gerne möchte und deswegen bin ich da noch nicht ja werde ich sicherlich noch irgendwann hinkommen hoffe ich hoffe ich dass ich da mal irgendwann hinkomme ich sag das und werde ich hinkommen werden wir sehen naja so dann war ich natürlich bei meiner lieben christian der lisminitz und habe dort noch was gekauft und zwar ja da konnte ich eben auch nicht dran vorbei die färbt so unglaublich schöne regenbogenstränge guckt euch die mal an hier wo sind die schön oder sind die schön unglaublich ne hier die sind dann auf der einen seite eben zu regenbögen und die restliche seite ist dann eben ganz schwarz ich habe den allerdings nicht für mich gekauft sondern für meine mom die hatte die bei christiane schon auf instagram gesehen hat dann gefragt mensch kannst du mir davon ein mitbringen habe ich natürlich gemacht für mich habe ich eingenommen wo dann als grundfarbe das so innen die gut jeansblau ist da freue ich mich sehr drauf socken draus zu stricken und dann konnte ich nicht vorbeigehen an diesem wunderschönen strang der ist so ganz leicht flieder ganz bisschen weiß mit ganz so so richtig schönen speckels in so ja blau und ein bisschen pinky und so ja da musste ich dir der musste einfach noch mit da werden dann auch mal socken glaube ich draus also es auch alle alle in der merino high twist socks weil ich die auch echt schön finde zum sockenstricken muss dazu sagen die mag ich sehr sehr gerne ja da war ich dann nehme ich zeige euch jetzt mal das video hallo schaut mal ich bin jetzt bei der christiane alias lisby mit am stand das ist 13 30 seit zweieinhalb stunden sind die tue geöffnet und guckt euch das mal an es ist wirklich schon leer stand unglaublich ihre tolle regenbogen wolle ist schon weg ich habe zwei stränge erwischt die zeige ich euch dann gleich mal in die kamera rein ja wahnsinn die war wirklich also es ging ja um elf los und um 13 30 und sie sagte mir das vorher schon sagt jetzt wenn du so einen regenbogen strang möchtest dann solltest du dir die jetzt aussuchen das war dann ganz am anfang und dann sagte sie dann schon so ja die gehen schnell weg und das war so also die waren wirklich ratzefatze weg die diese schönen regenbogen stränge also weil sie die auch so wunderschön färbt also es kriegen nicht viele so schön hin waren einige die die regenbogen stränge mit dem verkauf hatten aber ich fand die von christiane wirklich auch mit am schönsten ja die habe ich mir geholt dann habe ich mir geholt es hört nicht auf doch gleich ich habe nichts mehr gekauft stimmt nicht aber naja machen wir einfach weiter alles gut alles gut und zwar ein wunderschönes stück seife oder konnte ich nicht dran vorbeigehen seht ihr das alpaca auf der seife das ist doch der wahnsinn oder so schön ich habe mich so gefreut hier und zwar lari savon heißt die gute die karte gab es dazu ich habe mich für die richtung cranberry entschieden die richtung total toll also viel zu schade ich weiß noch gar nicht ob ich die wirklich so rein nehmen möchte weil ich finde das alpaca so schön ich finde das so toll mit dem alpaca könnte das ja jetzt blendet sich das ist echt schön auf dieser seite die wird jetzt hier die stelle ich jetzt erstmal hier mit hin die passt da so schön hin mal schauen oder ob ich die nicht einfach damit die wolle schön riecht wird irgendwie da stehen also aufmachen und da hinstellen das weiß ich noch nicht so genau die habe ich mir gleich auch ein kleines video aufgenommen ja habt ihr gesehen die hatte wirklich tolle auch ganz tolle dürfte also ich hätte zwei drei nehmen können aber ja ja ich wollte noch insgesamt was zu dem tollen wolf fest jetzt sagen und zwar die stimmung war sehr speziell schön das möchte ich wirklich mal sagen also für jemanden die da überlegen das nächste mal ob sie dahin fahren sollen ja oder nein fahrt hin es ist ein sehr 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 schönes wolf fest finde ich eine sehr angenehme stimmung entspannt gelassen man kam es war sehr voll zum teil aber es war trotzdem so dass man überall gut durch kam vom aufbau her die leute waren alle nett und freundlich das war wirklich das war echt schön ich habe natürlich einige zuschauer wieder getroffen das war schöne gespräche gehabt mit mit zwei zuschauern sogar einen kaffee zusammen getrunken irgendwie weiß ich dass das denn spontan so ergeben hat also nicht nur so kurz und das war wirklich sehr herzlich muss ich sagen sehr schöne gespräche ich habe paar mädels aus der kunkelstube gekennengelernt das war sehr schön dann habe ich ja den vogel abgeschossen ich habe was gewonnen es gab nämlich eine tombola und jeder der sie sein eintrittsticket gekauft hat hat dann ein tombola losbekommen und ich hatte einen gewinn und dann hatte ich nicht irgendwie nur eine kleinigkeit sondern ich habe wirklich glück gehabt und zwar habe ich drei stränge schaut euch das mal an ist die nicht schön von rübezahl spinnereien wollhandwerk angelika schmidt warum stellt er das jetzt nicht mehr schmerz super ne die hat da habe ich drei stränge gewonnen und dann auch noch in so schönen farben gucke ich das mal an total schön jeweils 50 gramm stränge socken 75 prozent schuhr wolle 25 prozent poli und ihr wisst ja also für mich reicht das also das ist halt das tolle dass das für mich jetzt muss ich nochmal mich scharf stellen das ist das tolle dass das für mich tatsächlich reichen wird also das ist so 50 gramm da komme ich mit sneaker socken perfekt hin habe ich meine sommer socken schon parat also das ist ganz toll habe ich mich sehr sehr drüber gefreut also da habe ich ein kleines video wie ich das auspacke das habe ich gerade vergessen das werde ich euch mal ein an dieser stelle ja lustig da hat mich die susan nämlich gefreut gefilmt ja dann habe ich getroffen die melinda von samlian die works habe ich mich auch sehr gefreut liebe melinda hallo noch mal ich nenne euch mal ein bild ein die hatte deswegen trage ich die doch heute in der extra für dich aus ihrer wunderschönen wolle hatte sie den gleichen ja um in lila tönen und ich habe mir den ja in blautönen gestrickt und sie hatte mir die anleitung ja empfohlen also von daher ja das war das war schön dass ich sie mal gesehen habe so live in natur und fahren wir haben uns auch gleich umarmt dass wir haben uns angeguckt was machst du denn hier du bist doch im urlaub ich so ja leider nicht und dann haben wir sofort umarmt uns unterhalten es war echt schön hat mich sehr gefreut ja dann habe ich noch was geschenkt bekommen spontan von annike so einen ganz süßen kleinen das nervt mich ja jetzt dass er das nicht scharf stellt jetzt so einen kleinen süßen maschenmarkierer guckt mal ganz toll da von denen werde ich annike dankeschön hat sie uns allen allen vieren hat sie jeweils sich selbst eingekauft und uns dreien eingeschenkt noch mal zusätzlich als erinnerung an diesen schönen an diese schöne wochenende zu viert und dann haben wir was gemacht ja das ist ganz spontan aber manchmal sind ja die spontanen ideen die besten also eigentlich war ich ja so weit durch habe ich schon wieder mehr gekauft als ich eigentlich sollte und wollte und war ich so weit durch und wir haben dann gesagt die wollten dann noch mal ganz also ich muss die mädels die drei die sind heute noch mal dort also am sonntag noch mal dort und ich habe halt gesagt da man ja schon wieder die kinder genommen hat komplett das möchte ich ihm nicht antun und ich fahre samstagabend zurück na so und dann haben die wollten eigentlich dann Kaffee trinken gehen und dann haben wir bevor sie dann letztendlich fahren gehen wir noch mal einmal gemeinsam zu viert rüber und sind dann auch mal so rüber gegangen und dann ist die michelle bei die badu stehen geblieben und ich weiß ich habe ja letzt mal in leipzig ein bisschen gelästert also was heißt gelästert ich habe einfach meinen eindruck wieder geben wollen ich muss sagen es war diesmal ein bisschen netter an ihm stand also vielleicht hatte sie wirklich einen schlechten tag und man soll sowas ja auch immer nicht überbewerten also nicht persönlich nehmen habe ich auch nicht auf gottes willen habe ich nicht persönlich genommen würde ich nie machen sowas ja und auf jeden fall waren wir dann bei die badu am stand und dann hat die michelle für den soll dotna crop das ist eine neue anleitung von caitlin hunter da blende ich euch mal ein bild ein wolle gesucht und ja wir haben dann halt zusammen überlegt und dies und könnt ihr das nehmen und dann sagt annika auf einmal so ach weißt du was ich stricke den auch und fängt an für sich wolle zu suchen und dann war das so eine eigendlinie und auf einmal haben wir dann beschlossen hey lasst uns den doch alle gemeinsam stricken als erinnerung an dieses schöne wochenende was wir einfach zu viert hatten und haben dann uns alle wolle dafür gekauft und die annika hat auch mitgemacht und meine wolle ist diese guckt euch mir das an ich bin wieder rausgegangen aus meinem aus meinem aus meiner komfortzone aber ich bin halt auch so glücklich mit dem brio cardigan und ich glaube dass dass ich das dass das mir das gut gefallen wird das wird diese das ist das was ich an der stelle noch einmal das bild ein um das kurz zu erklären also das was so viel hell mint ist das wird bei mir grau und die anderen dieser color work teil den teile ich eben in diesen drei farben auf der knallt natürlich ganz schön ich habe so ein bisschen jetzt angst dass der vielleicht zu dominant wird sollte das der fall sein würde ich das noch mal austauschen und zwar mit dem rest den ich vom briok über habe von der trelle ist dieses helle was ja auch so in so orange und pinke sprenkel sprenkel drin hat ein bisschen ins apriko farben geht dann würde ich wie so ein bisschen runter reduzieren aber erst mal finde ich ist diese kombi doch echt schön ne ja den stricken wir gemeinsam am ersten mai an da machen wir so ein gemeinsames projekt raus kurzfristig und ja wie lustig also wirklich und manchmal sind ja eben diese spontanen ideen einfach die besten und das war halt hier einfach der fall ja finde ich das war wirklich das richtig cool ja und sonst was habe ich ein strang habe ich hier noch liegen den hat mir den anike mitgebracht denn ich habe wieder ihren neuen sox club abonniert und dieser sox club ist ja diesmal ein alpaka club also nicht weil es alpaka wolle ist sondern der ist inspiriert von diesen wunderschönen alpakas die so schön die so schön geschmückt sind da schaut mal und dazu passend hat sie gefärbt und das ist wirklich passend das ist unglaublich wie schön das ist guckt euch das mal an das ist dieses helle alpaka das ist ihm dieses helle dann diese orangefarbenen bümmelchen die die dann sogar haben also hier in dem fall sind das rosen das greift sie hier mit dem auf und das alpaka ist eben somit so grün geschmückt vom kopf schmuck her und dieses mit dem rosa toll also wirklich toll anike vielen dank ich freue mich sehr über die neuen über die neuen sox club wieder also wirklich wieder so eine ganz ganz tolle färbung geworden wo ich mich richtig drauf freue den anzustricken ich drehe noch mal ganz langsam dann könnt ihr es noch mal schöner sehen guckt macht ganz ganz toll das ist das april lama ich sage immer alpaka entschuldigung lamas ist ja auch egal lama das april lama also ist natürlich ein lama ja das ist der vom april ja freue mich schon wieder auf den mai es ist ja sowieso so wenn man anikes päckchen auspackt die sind ja so unglaublich liebevoll verpackt halt ich stelle mich noch mal scharf die sind so unglaublich liebevoll verpackt und zwar sind die es kommt schon in der pinkfarbenen tüte mit pinkfarbenen seidenpapier und man macht es auf und es fällt einem konfetti entgegen und es ist ein bonbon mit drin und eine tüte tee mit drin also so ein teebeutelchen und und so es ist einfach mit ganz viel liebe immer verpackt das fand ich ja auch bevor ich anike kennengelernt habe schon immer so toll und ja und jetzt wo ich sie kenne finde ich einfach nur es passt zu ihr also es passt eben zu ihrer ganzen art dass sie das so gemacht hat ja das war's jetzt habe ich alles glaube ich was ich sagen wollte gesagt ich blende euch jetzt noch mal das letzte video ein was wir aufgenommen haben ja und es war wirklich ein tolles mädelswochenende sowohl mit denen ich sag's jetzt mal so wie es ist mit den jüngeren mädels als auch mit den beiden älteren mädels als auch mit der susan und mit der martina die rückfahrt das war wirklich wir haben wieder spaß gehabt und sind auch gut durchgekommen und ich würde sofort wieder mit denen irgendwo hinfahren also wenn sich das wieder ergibt aus der schweiz heraus mal irgendwo mit denen zu fahren klar sofort es war wirklich toll hat sehr sehr viel spaß gemacht so jetzt muss ich noch ganz schnell was loswerden und zwar was ich ganz wichtig finde liebe kamen du hast ja meine tasche bei meinem gewinnspiel gewonnen ich habe es dir schon geschrieben aber du hast dich darauf geantwortet deswegen bin ich mir nicht sicher ob du das gelesen hast durch die windpockenerkrankung meines sohnes habe ich es nicht geschafft das päckchen schon zur post zu bringen weil aus der schweiz heraus das zu schicken ist das so teuer dass ich warte bis ich auf der deutschen seite bin im rahmen des wolfes wollte ich keine post und ich hoffe du verstehst dass das aber anfang nächster woche fahre ich wieder rüber und schick das dann dort los und dann kommt das spätestens ende der woche sollte das dann bei dir sein also entschuldige viel mal es war anders geplant ich hätte es eigentlich aus nimuck losgeschickt aber es war mir eben nicht möglich also ich hoffe du verzeihst mir das so das war mir noch mal wichtig loszuwerden ja und sonst muss ich sagen war ich jetzt natürlich innerhalb kürzester zeit auf drei wolfesten die waren sehr verschieden für mich als wolfest newbie war das so ein bisschen jetzt auch viel muss ich ganz ehrlich sagen innerhalb so kurzer zeit es war jetzt immer nur so zwei wochen dazwischen vom swiss jahren festival zu leipzig jetzt zu hohen lohe und ich habe jetzt gemerkt das wolfeste wirklich sehr verschieden sein können das schweizer jahren fest war ja jetzt noch nicht so groß es war sehr schön von der location her es war sehr angenehm rückblickend kann ich jetzt noch mal sagen und reflektieren dass es eben sehr wenige sitzgelegenheiten gab gerade wenn ich jetzt an blaue felden denke im gegensatz dazu wo es doch so viele sitzgelegenheiten gab da kann man sicherlich hat man noch ist sicherlich verbesserungspotenzial weil es ist ebenso wie stricker wir wollen ja auch gemeinsame strickzeit dort verbringen und das muss man glaube ich als planer mit berücksichtigen das ist halt sehr toll gewesen ja und leipzig aber einfach das angebot die größe war gigantisch was in leipzig auch toll war das hatte ich letzt mal gar nicht gesagt war dass diese halle natürlich komplett tageslicht durchflutet ist das licht war bombastisch im blaufelden war auch die ausstellerhalle tageslicht durchflutet muss ich dazu sagen nicht komplett aber von den seiten war viel tageslicht da und das war sehr schön in der schweiz war es ja sehr dunkel also das war das ist so ein bisschen so der unterschied gewesen ja jedes fest hat seinen eigenen charme und ich könnte jetzt gar nicht rückblickend sagen oh das ist besser als das nee jedes fest hat seinen eigenen charme und ja ich bin auf jeden fall angefixt also ich bin auf jeden fall angefixt was das angeht und bin schon am gucken wo man vielleicht dann doch noch mal hinfahren könnte und ja für dieses jahr weiß ich noch nicht ob es klappt aber bin ich am überlegen mit sulingen weil das ja eben so nah bei meinen eltern ist ob man das nicht mit einem aufenthalt verbindet mit den kindern irgendwie und dann vielleicht nach suling fahre da muss ich mal schauen da bin ich am überlegen oder ja bin auch tatsächlich am überlegen vielleicht zum kiel geholt nach duisburg das wäre auch schön ja aber du nee oder ihr ich muss das ist so das muss man da mal sehen das ist einfach so wo ich sage das das muss ich dann auch ergeben und über teufel komm raus muss das auch nicht sein ja ja und genug wolle habe ich sowieso gekauft in der letzten zeit also dafür müssen wir uns ja nichts vormachen ja das war's das war's ich hoffe ich habe euch wieder unterhalten ich hoffe ihr lang wollt euch nicht langsam denkt oh nie schon wieder ein wolf fest jetzt zeigt doch mal was anderes dass das denn wie so ist ja ich hoffe ihr habt euch erhalten geführt wenn es euch gefallen hat freue ich mich wie immer wenn ihr mir einen daumen nach oben gebt wenn ihr mir kommentiert wenn ihr mich abonniert ich wünsche euch in den nächsten wochen ganz 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 viel schöne strikt zeit ich bin in zwei wochen wieder da das passt dass ich dort wieder aufnehme und ja keep your needles burning eure kirsien ciao